machen machen die jetzt eigentlich liebe die beiden sachen zu schmeißen und so also sie standen sich jetzt gegenüber ja die müssen ein bisschen mehr reden und interagieren reden die machen sie stehen sich gegenüber ja dann werfen die sich bald auch sachen zu das heißt dann dass die kommen die auf mich zu ich bin doch gar nicht da leute ja du darfst sie nicht angucken wie soll ich das sonst beobachten gar nicht ich will das aber beobachten ja ich ertrinke mit meinem pferd ja nicht ertrinken liegen aber ganz schön viele bruchsteine rum ich glaube jetzt du fragst du die ja warte man haben in diesem doch schon ich glaube schon ich kann welche fahren nee du bist bitte dein ernst kommt hier hoch kannst du guckst mal nach ist mir wäre schon wichtig also der fahndel 20 komm jetzt ja das macht grad jeder fahrrad also wir haben ja okay ich hier niemanden groß wird nacht ja lefte meistern ja wenn ihr pennen geht ja mein pferd läuft ja ich bin ich bin ja gar nicht zu hause man laufen schön nach hause papa du hast ein bett ja papa braucht auch mal ein zweites ich bring dir mal gleich eins ich kann schweilt euch bitte hier stehen welche drin entschuldigung ich wollte euch nicht stören entschuldigung warum sagt ihr denn nicht eher bescheid das finde ich scheiße haben wir ja jetzt habe ich nämlich noch zwei steine von papa jetzt liege ich ja die zwei steine machen es jetzt nicht also das ist ja wir liegen geschlagen 3 3s 37 noch ein pferd wurde ich gerade noch ein scharf du bist ganz scharf dabei oh gott kennst du dieses gefühl wenn du denkst du musst weglaufen unbedingt so ich hab noch nicht mit diesem fährt in eine hülle ach das würdest du erst mal überleben glaube ich hat ja mehr doch das fährt nicht doch das fährt hat mehr lieben als du ja nur zwei herzen ja hast gerade übersteuert ja was man hat das gerade übersteuert ja wie gut ich bin gerade in dein haus angegangen die betten sind falsch rum oder nicht richtig und das eine bett zeigt woanders in der kürbisse mit die kann man verhandeln habe ich nicht nur sechs kürbisse haben und dann kann man einmal wird japan kann paar ja ich brauche kommt kommt kunst für emeralds doch das ist ein paar emeraldo ich suche mal ein paar tintenfische weil ich ja auch mal schwarzes glas warte mal ist ist genau das wollte ich euch noch fragen man kann irgendwo wenn man auf 3 und das müsst ihr mir jetzt mal erklären 3 ja die s3 ja da kann man irgendwo gucken in welche richtung man läuft aber ich weiß also oben ist ja und unten da musst du bei blog chunk und fancy und dann steht da süß und west am besten okay da sieht man mich in welche richtung man läuft ja genau nehme ich jetzt irgendwo gesehen ich weiß nicht mehr wo aber es war irgendwo aber mein pferd ertrinkt das ist nicht schlimm mein pferd auch ja beim moment ist es meint ich habe ein dorf gefunden warte mal wo war das jetzt ein tempel noch ein tempel ja guck mal daran aber der ist versandelt und ich weiß nicht wo ich das fährt lassen soll das ist einfach ein oder das draußen ja genau bau es doch ein ist doch eine gute idee mache ich mache ich so dann schieb ich dann ups dann schieb ich dann ups ok sonntag nein nicht weglaufen du musst nach rein alter wusstet ihr dass zintenfisch jetzt geräusche machen tun sie ja als wenn man sie schlägt die wollen das nicht die wollen nicht sterben das ist so wenn man dich schlägt machst du auch geräusche ich wollte haben für buntes glas habe ich auch schon deswegen habe ich ja hatten fische geklärt damals du hast hinten fische geklärt ein emerald ist ja so cool gold apfel na es brauchen gold ja gold öpfel kümmer zum grauen braun benutzen gunpowder rottenfleisch von iron horse armor ein haus ein jemand kann man sich die kriegt adrian oder ich will mir gerne die ersatz machen weil dann könnte ich das könnte obwohl nein 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 die ja das können wir machen aber wenn wir genug ressourcen haben was habe ich den fänden schaden und schaden wir bekommen ich empfehle fallen stärke ich könnte mal ich könnte ein bogen kann ich auch eine armbrust verzaubern die ärmene armbrust kann man verzaubern verzaubern weiß ich aber ich baue ich gerade mal hier mit ein paar bäumchen zu mich oder aber ich habe aber ich habe ja nicht wie mein dach hier jetzt aussehen soll ich habe da noch keine idee die geht er hat er gerade geatmet ich habe aber vorbei komme ich hier drei ich sehe möchte so keine slabs für den dach benutzen meins oben also ist das so ist soll ja hier ein bisschen rüber ragen du meinst du dich das mit schwarzeichen schwarz ja 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 ok dann darf ich mein pferd wieder vergraben ja ja ich muss sie nun zeppeln ja was die kürze diese riesenbäume also links oder wie einer reicht glaube ich nein doch 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 auch schwarzeichen ja sehr schön wo sind die villager muss jetzt der farmer wieder hin einer ist hier oben der wird nicht arbeitet oder der mit dem gelben ist hier hier ist der farmer ok weil man kann halt für sechs pappen kann ein äh aber wir haben halt schon gute enchantment books bekommen weil ich habe ja federfall 3 oder so wo ist der zombie jetzt noch mal ich habe halt jeder fall federfall 3 und stärke 4 das ist eigentlich nicht stärke 5 glaube ich sogar ich kann es nicht schnell wenn man den stone cutter benutzt ich habe jetzt eben gar nicht drauf geachtet ja dann dann da ist man da bist man da level ein nein wieso nur eine frage darf ich nicht fragen ich schreibe man aber also diese ich habe auf deutsch wer dann fast ist einfach sich kleiner als eine kiste guckt doch bei mir ich habe ein fass vom eventabler also vom platz her guckt und hat es genauso wie eine einzelne kiste ja zu viel holz aber man kann die nicht sozusagen kombinieren wie eine einzelne kiste mit einer einzelnen nein nein das geht nicht denn ist ja ein fass überbewertet kann muss man immer noch kisten benutzen denn ist ein fass überbewertet na so ein fass ist doch viel schlichter dann kriege ich ein zappling ja ich habe ein zappling okay ein zappling reicht glaube ich oder oder ja ein zappling reicht gerade überlegt was du gesagt hast wer hat eigentlich ausreichend viel bruchstein ich nicht mehr ich habe einen stack papa gegeben jetzt habe ich nur einen zack und die mich nicht einfach weg 25 haben bruchstein brauchst du nicht mehr ich habe noch ein steck dann okay ich hole mir mal ein bisschen was von dir ich wo bist du hier oben aber ich bin direkt bei dem 3 über die schwarzeichen bäume danke am stillen tage am stillen tage ein birkenwald jetzt mehr er konnte glaube ich jetzt ein bisschen ja habe ich irgendwo noch kohle ach ja da war ja was du wujo wo ist ich auch mal wussten das war ja der schmiedeofen schmelzofen was kann man denn hier schmelzen auch nur eisen und so was ja nur kann man da auch steinchen welzen weil ich nicht noch gucken aber wenn es da nicht angezeigt wird dann das geht nicht dort geht nicht na gut dann müssen wir den normalen aufnehmen warum müssen die matrosen ich finde es immer noch scheiße dass es zu schnell nacht wird hier wieder nacht jetzt wirklich wieder nacht es ist ja ich wieder ja würde sagen ich habe auch gerade leck gehabt aber es ist ruhig das macht mir angst ich bin hier gar nicht bin hier einfach an wasser riesenbirken krass krass digga ich muss jetzt nochmal mit der säge versuchen warum breite ich hier runter wenn ich da eh wieder hoch muss oh nein hier kommen schneeberge und das mit dem pferd ich liege jetzt nur lebt ist auf dem feld lässt ist dann bist du auf dem feld drauf dann kommst du wieder nicht nicht doch alles da liegt einiges im argen ja ich liege auch gleich mal im argen ich liege auch gleich mal im argen könnt ihr mal bitte aufhören zu mähen wegen mähen und so gras mähen mäh 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 das gras oh god es wird schlimmer wenn man denkt schlimmer kann es nicht werden doch es geht noch schlimmer bei dieser familie geht alles soll ich auch fichte mitnehmen ja bitte im dichten fichten nein ehemann wir haben Kinder aua nicken dicke fichten tüchtig was ist aber gut frag mich nicht frag einfach nicht hab ich auch nicht mehr mach einfach nicht mehr einfach nicht mehr frag einfach nicht mehr ihre Sachen hinterfragen einfach nicht mehr tun brauchen bin ich die machen gerade die unterhalten sich gerade ich bin schon weg ich bin schon weg ich bin gar nicht da gewesen ja ich bin ja schon weg ich will ja dass die babys machen die charme also so ein spruce sapling weiter geht's aber das wissen wir ja schon seit längerem ja das hat womit hat das denn alles angefangen ich weiß es nicht mehr es ist auch relativ wurscht hat für ne wurscht ja eine schaufel verterraformt hier ich glaube ich komme nie wieder nach hause lianen hier ist sumpf ja da kannst du das leime finden und ähm das sieht ja bescheuert auch die masche mir scheiße jetzt habe ich keine schere dabei 0 eisen so das ist schlecht aber sie rosenberger kann ich trotzdem mitnehmen ja dies ist gut die will ich haben sehr gut diese wo sind die hier ist ja noch eine schlucht ja ja ich will dir auch für später schreibt mal auf neue schlucht hier ist auch ein schacht schreckt jetzt ganz schnell mal schlacht mit mir neue schlucht mit mien schacht dass man fährt schon wieder uns ich habe einfach nur mien schacht auf wieso hast du neun wieso hast du neun neues wert mein nicht mein neues wert ich habe ich habe angst ich habe doch das pferd ich habe gerade ein steil gehört für mein pferd dieses kind kann es sein dass du verwirrt bist ja ich habe grad extra ein steil geworfen für mein pferd okay aber aufgeschrieben ich habe nur angst dass das pferd weg also weg ist ja wird sie jetzt mal wieder nach hause kommen er hat angst er hat angst um sein pferd nein weil wir schon wieder tausende von blöcken weg bist okay ich versuche es minus 100 ach ich bin doch nur über tausende von blöcken weg warte mal süden norden müsste ich doch jetzt oder nicht müsste nach westen oder nicht ist es falsch wir kommen hier muss nach norden neusten wessen meine frau die kocht am besten wo zurücke packt keller man die berge dann werde ich ja mal wie auch noch wollen wir denn da hingehen irgendwann mal ja ich denke mal vielleicht zum nächsten eine aufnahme weil das ding an der sache ist wir haben jetzt nämlich nicht mehr die zeit wir brauchen noch 33 minuten und das schaffen wir nicht noch der kunden ist 33 minuten bis hin deswegen sagte ich das hallo noch nicht weit ich habe immer verschönerungen gemacht meine türklappen funktionieren endlich vielleicht gefällt es dir ich finde den wind den garten hier unten ein schön bisschen warum hast du zwei verschiedene türen ich hatte die nur übrig ich bin gerade in der wüste ein bisschen sand abtragen ich bin hier bei jasmins haus in der nähe ich trage da um jasmins haus herum das kann die ganzen sand ab es wird wieder stein sachen natürlich mehr platz wo du graben kannst schon gemerkt hat wenn man ein baumstamm rechts klickt dann wird das irgendwie irgendwie so da geht die rinde ab ja jetzt ist meine schaufel alles aber scheiße wie kann man pferde heilen karotten kartoffeln heute wie viel schaden leben hat es noch es ist nur ein herz weg also ja das wird schon von selbst regeneriert regeneriert auf regen geriert es belebt sich schon hallo ich will dass du lang gehst du nicht dass du da stehen bleibst rückwärtsgang der rückwärtsgang noch eine schlucht da habe ich ja noch einen haufen sand dazu tragen darf ich dann auch aufschreiben schlucht 10.000 ich habe mir ist gerade aufgefallen dass ich gar kein redstone habe ich finde das ganze redstone in der schlucht und ihr heimst euch das ein das stimmt nicht nur komplett das stimmt nur komplett 6 9 8 also ich habe gar kein redstone am start weil man muss brauchen das meinte ich werde nicht ertrinken nicht in trinken dieser reparatur tisch wozu ist der was der schad nicht warte ich muss einmal kurz ganz leften ums leften weil das packt und warum dann ist es tot denn es ist tot und dann ist es so ich weiß in christin neues mit rüstung und dann ist gut ich kann mich gut um das wert ist es tot ist es hört sich gut an bestimmt bestimmt hört sich das gut an muss gar nicht lachen jetzt schon naja tausend blöcke lau junge bis hier schon eine wüste also so weit bin ich nicht weg auch ich habe zwei mein bruder so zweifeln ich habe mir ganz eine kraft und sehe ich habe in meiner truhe schon ins deck was man hat das hat man das kann ich dann kann ich mir wenn ich zäune brauche von dir holen mal gucken ist ein einfaches jahr ist einfach mal in vier und wo ist man fühlen sich jetzt meine noch sieben und ablösen meine seine weg ich habe doch aufgelegt wenn sie das weg oder schlecht gerade keine ahnung nein das wäre das wieder weg ja verbockt es legt gerade ja ich komme nicht durch die tür jetzt natürlich geht die tür auf drei jahre später drei jahre später die mal ein pferd an landen was ist dafür verantwortlich dass die glascheiben sich verbinden nicht ob die feine oder was haben wir ob die feindrinnen eine sofort haben glaube ich habe ich überhaupt noch richtige richtung ja ich glaube noch 800 blöcke dauert nicht mehr lange bis zum schlafen entschuldigung bin schon an eine wüste er ist mir noch mal raus gehen wahrscheinlich noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht bin gleich da noch 600 500 blöcke ich sehe schon ein tempel ja 500 blöcke reichen aber nicht muss haben wir lassen es mir könnte schon schlafen liegst du schon an ja ich kann doch gar nicht schlafen ja das meine ich doch ich sag bescheid er jetzt eigentlich jetzt ist mir ich habe einen weizen ist nicht so viel muss immer die ab abdingsen ja ich habe ja schon neugierig aber so nix fertig ich habe schon neugierigst du wohnst ja gedings bums oder das karotten gepflanzt ja ein paar vier stück doch hier ist fertig ja ich gebe dir die setzlinge das sind weizen sind weizenkörner ja warum sagst du weizen klappe vor zwei haben ja ich mache das schon alles hier bin wir zu hause und wasser weizen dings der körner weiß ich auch nicht ich habe zu viele können ja kommt was dann immer ein freund ja wozu ruhig denn das wohnen bohmehl bist du endlich wieder zu hause ja jasmin gleich noch ein paar 100 blöcke